Ein guter schöner, guter Abend hier zu Ober-Ehrenmacher! Ja, wie sind's auch? Steht ihr alle gut drauf? Ja! Super! Okay, wir hätten gleich so stark eine kleine Einsingübung. Die Melodie geht folgendermaßen nach. 1, 2, 3, 4! Und alle zusammen schon! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Ja, dankeschön! Ja, es freut uns riesig, dass wir hier heute Abend das erste Mal in der Fränkischen Schweiz spielen dürfen. Und jetzt eine Frage an euch. Seid ihr dabei? Hier heute Abend in diesem Zelt bei einem kompleten, totalen, wahnsinnigen Echalation! Ja! Da erinnerst du dich noch, aber ganzes Jahr, hast du auch noch nie mit der wunderschönen Stau. Wir haben gesungen und getan, aber auch einmal, es gab es verbunden und du stehst dabei in die Tag. Keine Party, aber auch so tragisch. Dann kommt die Zeit, weil es ist so weit. Ja, keine Party, aber auch so tragisch. Dann kommt die Zeit, weil es ist so weit. Es wird so wunderschön, wenn wir uns wiedersehen, denn wir warten alle schon auf die Eskalation! Los Angeles! Chan Jesus! 1... 2... Uh! Granja Generator! schon darauf Ass понимierte Jared SpreCs! 2... 200, hidrim Musik 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 Uns erträglich und für immer und immer, denn wir sind immer noch Freunde und ganz für alle.